Englische von der Medienagentur Reuters gehört abgedeckt. Moin, hier bei Eusobklagemort TV Lützebursch. Denn Alexander Schudakowski streitet eine Information auf die von der Reuters-Agentur Fabrikinas. Den 23. Juli 2014 sieht die Agentur Reuters, Mathe Sevierda. Denn Alexander Schudakowski hat erzeugt, dass am Moment der malaysischen Boeing-Katastrophe die Freiheitskämpfer aus dem Südosten der Ukraine in Besitz des Buk-Raketen-Aufwärsystems waren. Mit dem Herrn Schudakowski streitet die Informationen von Reuters vehement auf, als er. Dertoe hat er eine große Sensation, die er präsentieren will für eine so zu so eine Meldung von einem Kommandant von der Freien Volksarmee. Eine Chance kriegt die ganze Situation an den Medien, er um einen Hörnagrund vorliegen. Er soll sind vier Urteile schon er umgemerkt für die Kommission, die der Fall MH17 ernern sichern soll. Denen, die die Medien machen, ist klar, dass weder Russland nachvollziehbar etwas mit dieser Tragedie zu dienen hat. Dafür hat er müssen, dass die Situation ein wenig umändern. Zum Glück hatten wir vier Urteile dafür gesucht, dass eine Video-Aufnahme von dem ganzen Gespräch gemacht hat, so haben wir nun den Beweis, dass ich am Interview keine konkrete Informationen über das Buk-Raketen-Aufwärsystem der Freien Volksarmee gingen konnte. Wir können das Beweis auf die Lehren an all die Zweckslöschen abdecken, die Fabrizier hat gesehen, nur mit dem Interview an der Situation kommentiert hat. Hör doch dir, das Willkür von den Medien abzudecken, an dem es dir die Sendung verbrät. Merci, dass ihr euch bei ISA geschaut habt, auch bis die nächste Karriere. Eddie Ich sage, dass ihr euch bei ISA geschaut habt. Vielen Dank.